Hallo und herzlich willkommen bei Kenha. Ich bin Kuko und werde heute mit euch die Arterien des Abdomens und des Beckens besprechen. Bevor wir die Baucharterien durchgehen, möchte ich kurz den Verlauf der Aorta wiederholen. Diesen solltet ihr gut kennen, um den Ursprung der Arterien im Bauch zu verstehen. Die Aorta entspringt direkt aus dem Herzen und kann in drei Abschnitte eingeteilt werden. Die aufsteigende Aorta Aszendenz, den Aortenbogen oder Arcus Aorte und die absteigende Aorta Deszendenz. Letztere setzt sich wiederum aus der Aorta Thoracica und Aorta Abdominalis zusammen. Die Aorta Thoracica verläuft in der Brust hinter dem Herzen, daher könnt ihr sie in diesem Bild nicht ganz verfolgen. Nach Durchtritt des Zwerchfells geht die Aorta Thoracica in die Aorta Abdominalis bzw. Bauchaorta über. Da sich dieses Tutorial um die Arterien des Abdomens dreht, ist gerade sie von besonderer Bedeutung für uns. Merkt euch an dieser Stelle, dass alle Bauchorgane durch sie versorgt werden. Auf Höhe des vierten Lendenwirbels teilt sich die Aorta Abdominalis in zwei Äste. Diese Stelle bezeichnen wir als Aortenbifurkation. Aus ihr entstehen die linke und rechte Arteria iliaca communis. Die Arteria iliaca communis und ihre Äste werden wir im Laufe dieses Tutorials noch genauer betrachten. Jetzt möchte ich euch aber erst die Äste der Aorta Abdominalis zeigen, die der Blutversorgung der Bauchorgane und Muskeln dienen. Hier seht ihr das Zwerchfell aus einer caudalen Ansicht. Ihr liegt quasi auf der Höhe der Füße dieser Person und schaut Richtung Kopf. Bedenkt also, links ist die rechte Seite des Körpers und rechts die linke. Aus dieser Perspektive seht ihr gut den Durchtritt der Aorta durch den Hiatus Aorticus. Das ist diese Öffnung des Zwerchfells hier, ventral der Wirbelsäule. Direkt danach gibt die Aorta Abdominalis ihre ersten Äste ab, die Arteria phrenicae inferiores, die unteren Zwerchfellarterien. Sie versorgen den caudalen Teil des Zwerchfells. Aus ihnen entspringt außerdem die paarige Arteria suprarenalis superior. Ihr seht sich hier links und rechts. Wie ihr Name verrät, versorgt sie den oberen Teil der Nebenniere. Wir wechseln nun zur ventralen Ansicht der Bauchhöhle. Hier wurde die Leber samt der Gallenblase der Übersichtlichkeit halber mit Haken hochgezogen. So könnt ihr den Verlauf der Aorta Abdominalis besser verfolgen. Ihr zweiter Ast, der Truncus zyliacus, auf Deutsch Bauchhöhlenstamm, wird hier in grün hervorgehoben. Er ist eine unpaare viszerale Arterie, die etwa auf Höhe des zwölften Brustwirbels ventral aus der Aorta entspringt. Sein kurzer Stamm verläuft unterhalb des Ligamentum aquatum medianum des Zwerchfells. Ihr erkennt hier schon, dass der Truncus zyliacus eine sehr wichtige Arterie ist, da er eine Vielzahl der Bauchorgane versorgt. Er teilt sich in die drei Äste, die Arteria gastrica sinistra, die Arteria hepatica communis und die Arteria splenica. Der erste Ast ist in aller Regel die Arteria gastrica sinistra, die linke Magenarterie. Sie ist gleichzeitig der kranialste und kleinste Abgang des Truncus zyliacus. Sie steigt von dort in die Plica gastropankreatica, eine Falte des Bauchfells, herab. Anschließend versorgt sie die kleine Kuvertur des Magens. Hier seht ihr, wie sie kranial des Truncus zyliacus entspringt und zur kleinen Magenkuvertur verläuft. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf genhub.com an. Für unsere KenHub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Video-Tutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.